ja servus leute ich bin hier am ortsausgang von rickebach hier geht es richtung alte schwand und hier ist so schönes bänkle vermisst jemanden teddybär von seinem kind enkelkind hier liegt einer ganz verwahrlost ich schätze mal irgendjemand vermisst den und vielleicht kann man den ja noch mal sauber bekommen übrigens am 10 september sind es jetzt zwei jahre her dass die wanderin scarlet s aus dem südschwarzwald vermisst wird wahnsinn erst kürzlich wurde doch die aktenzeichen xy vermisst sendung ausgestrahlt am 29 juni aber man liest nichts mehr in den medien komisch die vielen vielen über 140 hinweise was schmitte ist da nicht dein einziger hinweis irgendwie verwertbar gewesen oder hat man doch was gefunden schönen tag noch und tschüss heute ist übrigens der 7 september 22 ja